der banknotensack wird abermals um einige tausend pfund leichter der zug hielt im bahnhof an passepartout verließ zuerst den wagen dann folgte herr fogg welcher seiner jungen gefährtin aussteigen half phileas fogg hatte vor sich direkt zum paketboot nach hongkong zu begeben um mrs aouda darin bequem einzurichten denn er wollte solange sie in dem für sie so gefährlichen lande weilte ihr nicht von der seite gehen im moment als herr fogg aus dem bahnhof zu gehen im begriff war trat ein polizeimann zu ihm und sprach herr phileas fogg der bin ich dieser mensch ist ihr diener fügte der polizeimann bei auf passepartout deutend ja belieben sie beide mich zu begleiten herr fogg ließ in keiner bewegung irgendeine überraschung merken dieser agent war ein repräsentant des gesetzes und jedem engländer ist das gesetz heilig passepartout mit seinen französischen gewohnheiten wollte resonieren aber der polizeimann berührte ihn mit seinem stabe und phileas fogg bedeutete ihn zu gehorchen kann diese junge dame uns begleiten fragte herr fogg ja erwiderte der polizist der polizeimann führte die drei personen zu einem pal kigari einer art vierrädrigen zweispännigen wagen zu vier plätzen und man fuhr ab während der etwa zwanzig minuten dauernden fahrt sprach niemand ein wort der wagen fuhr zuerst durch die schwarze stadt mit engen straßen und hütten worin schmutziges zerlummtes volk aus allen nationen wimmelte nachher durch die europäische stadt die freundlich ist mit häusern von ziegelstein von kokosbäumen beschattet voll masten und stangen worin bereits am frühen morgen elegante kavaliere mit prächtigem gespann fuhren der pal kigari hielt vor einem hause von einfachem äußern das aber zu privatgebrauch nicht verwendet werden durfte der polizeimann ließ seine verhafteten aussteigen führte sie in ein zimmer mit vergitterten fenstern und sprach um halb neun uhr haben sie vor dem richter obadaya zu erscheinen darauf zog er sich zurück und verschloss die türe nun da sind wir im kerker rief passepartout indem er auf einen stuhl sank mrs aouda wandte sich sogleich an herrn fogg und sprach mit rührung die sie nicht verbergen konnte mein herr sie müssen mich preis geben um meinetwillen verfolgt man sie weil sie mich gerettet haben phileas fogg erwiderte nur das sei nicht möglich wegen dieser entführung der witwe verfolgt das war nicht anzunehmen die kläger würden nicht aufzutreten wagen es musste da ein missverständnis obwalten herr fogg setzte hinzu jedenfalls werde er die junge frau nicht im stiche lassen und werde sie nach hongkong führen aber das boot fährt schon um zwölf uhr ab bemerkte passepartout ehe es zwölf uhr ist werden wir an bord sein erwiderte ruhig der gentleman dies sprach er mit solcher bestimmtheit dass passepartout nicht umhin konnte sich selbst zu sagen der tausend das heißt doch sicher vor zwölf uhr werden wir an bord sein aber beruhigt war er durchaus nicht um halb neun öffnete sich die türe der polizeimann trat herein und führte die gefangenen in den daneben befindlichen saal es war ein verhörsaal worin ein zahlreiches publikum von europäern und eingeborenen bereits den raum füllte herr fogg mrs aouda und passepartout nahmen platz auf einer bank vor den stühlen des richters und gerichtsschreibers der richter obadaya kam als bald in begleitung des gerichtsschreibers es war ein dicker wohlbeleidter mann er holte eine perücke die an einem nagel hing und setzte sie rasch auf die erste sache sprach er dann aber die hand am kopfe nun das ist ja nicht meine perücke wirklich herr obadaya es ist die meinige erwiderte der gerichtsschreiber lieber äußerpaff wie kann ein richter ein richtiges urteil fällen unter des gerichtsschreibers perücke die perücken wurden getauscht während dieser präliminarien saß passepartout wie auf glühenden kohlen denn der zeiger auf dem zifferblatte der großen uhr des gerichtssaales schien ihm fürchterlich schnell vorzurücken die erste sache wiederholte der richter obadaya phileas fogg sagte der gerichtsschreiber oisterpaff hier bin ich erwiderte herr fogg passepartout ihr gut sagte der richter seit zwei tagen erwartet man euch bei jedem zuge der von bombay kam aber weshalb sind wir verklagt rief passepartout voll ungeduld das werden sie gleich hören versetzte der richter mein herr sagte darauf herr fogg ich bin englischer bürger und ich bin berechtigt hat man's an achtung fehlen lassen fragte obadaya durchaus nicht gut die kläger sollen eintreten auf des richters befehl öffnete sich eine türe und ein gerichtsdiener führte drei hindu priester herein jawoll brummte passepartout diese kerle haben unsere junge dame verbrennen wollen die priester standen vor dem richter und der gerichtsschreiber verlas laut eine klage auf tempelschendung gegen phileas fogg und seinen diener weil sie einen durch die brahmanische religion geheiligten ort entweiht hätten sie haben's gehört fragte der richter phileas fogg ja mein herr versetzte herr fogg und ich gebe es zu ah sie geben es zu ich gebe es zu und erwarte daß diese priester ihrerseits gestehen was sie in der pagode zu piladji tun wollten die priester sahen sich an sie schienen die worte des angeklagten nicht zu verstehen allerdings rief passepartout ungestüm in der pagode zu piladji vor welcher sie ihre opfer verbrennen wollten die priester staunten abermals der richter obadaya fragte verwundert was für ein opfer verbrennen mitten in bombay bombay rief passepartout allerdings von piladji ist keine rede sondern von der pagode malibar hill zu bombay und zur überführung fügte der gerichtsdiener bei sind hier die schuhe der entweiher und legte ein paar schuhe auf seinen schreibtisch meine schuhe rief voll überraschung passepartout der die unwillkürliche äußerung nicht zurückhalten konnte man denke sich die verwirrung im geiste des herrn und dieners sie hatten den zwischenfall in der pagode zu bombay ganz vergessen und wurden doch deshalb vor den richter zu kalkutta geführt wirklich hatte der agent fix darauf gesonnen diesen leidigen vorfall zu nützen er war noch zwölf stunden zu bombay geblieben und hatte da mit den priestern von malibar hill beraten er hatte ihnen bedeutende entschädigung zugesagt denn er wußte dass die englische regierung solche vergehen streng bestrafte nachher hatte er sie mit dem nächsten zuge zur verfolgung des tempelschänders abgeschickt aber in folge des zeitverlustes welchen die befreiung der witwe verursachte kam fix mit seinen hindu zu kalkutta eher an als phileas fogg und sein diener welche von der durch eine depesche unterrichteten behörde beim aussteigen verhaftet werden sollten wie war fix in verlegenheit als er vernahm phileas fogg sei noch gar nicht zu kalkutta angekommen er meinte sein dieb sei von einer station aus in die nördlichen provinzen geflüchtet vierundzwanzig stunden lang hatte fix in peinlichster unruhe am bahnhofer auf ihn gelauert und wie freute er sich als er ihn endlich diesen morgen aussteigen sah zwar in gesellschaft einer frau deren anwesenheit er sich nicht erklären konnte er schickte ihm sogleich den polizeimann auf den hals der wie wir sahen die drei angekommenen vor den richter obadaya führte wäre paspartout nicht allzu sehr mit der sache beschäftigt gewesen so hätte er den detektiv in einer ecke des gerichtssaales gesehen wie er mit großem interesse der verhandlung zuhörte denn zu kalkutta war wie zu bombay und suez der verhaftsbefehl noch nicht angekommen unterdessen hatte der richter obadaya das paspartout entschlüpfte eingeständnis protokolliert die tatsache ist eingestanden sagte der richter ja eingestanden erwiderte herr fogg kalt in anbetracht fuhr der richter fort in anbetracht dass das englische gesetz allen religionen der indischen bevölkerung gleichmäßig strengen schutz verleiht und daher paspartout sein vergehen eingestanden hat und überführt ist am 20 oktober mit ungeweihten füßen den boden der pagode malabar hill zu bombay betreten zu haben so wird gedachter paspartout zu 14 tagen gefängnis und einer buße von 300 pund verurteilt 300 pund rief paspartout still rief der gerichtsdiener mit kreischender stimme und fuhr der richter fort in betracht dass es nicht materiell bewiesen ist dass zwischen dem herrn und dem diener nicht ein einverständnis stattgefunden dass jedenfalls der herr für die handlungen und bewegungen eines von ihm besoldeten dieners verantwortlich sein muss wird gedachter phileas fogg festgehalten und zu acht tagen gefängnis und 150 pfund buße verurteilt gerichtsdiener holen sie eine andere partie fix vernahm in seiner ecke mit unbeschreiblicher befriedigung wie phileas fogg acht tage zu kalkutta aufgehalten werden sollte mehr bedurfte er nicht um seinen verhaftsbefehl zu erhalten paspartout war ganz verstört dieser spruch ruinierte seinen herrn eine wette von zwanzigtausend pfund verloren und zwar weil er als echter tölpel in die verwünschte pagode gegangen phileas fogg war so ruhig geblieben als ginge ihn der spruch nichts an aber im moment als eine andere partei berufen wurde stand er auf und sagte ich biete kaution an das steht ihnen zu versetzte der richter fix erschrak dass es ihn kalt überlief doch erholte er sich wieder als er vernahm wie der richter in betracht dass phileas fogg und sein diener ausländer seien die kaution für jeden von beiden auf tausend pfund ansetzte also zweitausend pfund sollte herr fogg einbüßen wenn er sich nicht rechtfertigte ich zahle sagte der gentleman und er holte aus dem sacke welchen paspartout trug einen pack banknoten und legte sie auf das bureau des gerichtsschreibers diese summe wird ihnen wieder zugestellt werden so wie sie aus dem gefängnis kommen sagte der richter inzwischen sind sie frei gegen die kaution kommen sie sagte phileas fogg zu seinen diener aber meine schuhe müssen sie mir wenigstens herausgeben rief paspartout mit entrüstung man gab ihm seine schuhe zurück und die kommen teuer zu stehen brummte er über tausend pfund einer paspartout folgte mit kläglicher miene herrn fogg welcher der jungen frau seinen arm bot fix hoffte noch sein dieb werde sich nicht entschließen können die zweitausend pfund im stiche zu lassen und folgte ihm auf schritt und tritt herr fogg nahm einen wagen und stieg mit mrs aouda und paspartout unverzüglich ein fix lief hinter dem wagen her der bald an einem kei hielt eine halbe meile entfernt lag der rangoon auf der rede vor anker die abfahrtsflagge schon aufgepflanzt es schlug elf und herr fogg hatte noch eine stunde zeit er verließ also den wagen und bestieg mit mrs aouda und paspartout einen nachen der detektiv stampfte mit dem fuße der lumpenkerl rief er aus er reißt ab lässt zweitausend pfund im stich so verschwenderisch ist nur ein dieb ach ich bleibe ihm auf der ferse bis ans ende der welt wenn's not tut aber auf die art wird das gestohlene geld bald durchgebracht sein nicht ohne grund sprach so der polizei agent phileas fogg hatte wirklich seit seiner abfahrt aus london an reisegeld und prämien für den elefanten kaution und bußen bereits über 5000 pfund auf der reise verzettelt und die prozente der wieder beigebrachten summe welche den detektiven zukommt verminderten sich fortwährend ende von kapitel 15 kapitel 16 von reise um die erde in 80 tagen von jules verne diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von eva k sechzehntes kapitel fix stellt sich als wisse er nichts davon was ihm erzählt ward der rangoon ein paket boot der ostindischen peninsula company für den dienst in den chinesischen und japanischen meeren war ein eiserner schraubendampfer von 1770 tonnen brutto und 400 pferdekraft er fuhr ebenso schnell wie der mongolia war aber nicht so bequem eingerichtet darum war auch für mrs aouda nicht so gut gesorgt als phileas fogg gewünscht hätte zudem handelte sich's nur um eine fahrt von 3500 meilen elf bis zwölf tage und die junge frau war kein peinlicher passagier während der ersten tage dieser fahrt lernte mrs aouda den herrn phileas fogg näher kennen bei jeder gelegenheit gab sie ihm die innigste dankbarkeit zu erkennen der phlegmatische gentleman hörte sie dem anschein nach äußerst kühl an ohne durch eine betonung eine handbewegung die geringste gemütsbewegung zu verraten er wachte darüber daß es der jungen frau an nichts mangelte kam regelmäßig zu gewissen zeiten wo nicht zum plaudern doch um ihr zuzuhören er erfüllte gegen sie aufs strengste die pflichten der höflichkeit aber mit der grazie und unmittelbarkeit eines automaten mit eigens dafür eingerichteten bewegungen mrs aouda wußte nicht recht was sie von ihm halten sollte aber passepartout gab ihr in kürze auskunft über das sonderbare wesen seines herrn sie lächelte ein wenig aber sie verdankte ihm ihr leben und ihr retter konnte dadurch nichts verlieren daß sie ihn mit dankbarem auge ansah mrs aouda bestätigte die rührende geschichte welche der hindu führer von ihr erzählt hatte sie gehörte allerdings der race an welche unter den eingeborenen den ersten rang behauptet manche parsische kaufleute haben durch baumwollenhandel in indien großes vermögen erworben ein solcher sir james i g poi war von der englischen regierung in den adelsstand erhoben worden und mrs aouda war eine verwandte dieses reichen mannes welcher zu bombay wohnte und eben einen vetter des sir i g poi den ehrenwerden jiji wünschte sie zu hong kong aufzusuchen ob sie zuflucht und beistand bei ihm finden würde konnte sie nicht behaupten herr fog antwortete hierauf sie möge nur ganz ruhig sein es werde sich alles mathematisch genau regeln so pflegte er sich auszudrücken ob die junge frau diesen horriblen ausdruck verstand muss dahingestellt bleiben doch ruten ihre großen augen auf denen des herrn fogg ihre großen augen die so klar waren wie die heiligen seen des himalaya aber der sprüde herr fogg so zugeknöpft wie jemals schien nicht ein mann zu sein der fähig wäre sich in diesen see zu stürzen dieser erste teil der fahrt des rangoon verlief unter vortrefflichen umständen das wetter war leidlich diese ganze partie des unermesslichen bengalischen busens war der raschen fahrt günstig der rangoon bekam bald groß andaman in sicht die hauptinsel der gruppe welche durch das malerische 2400 fuß hohe gebirge saddle peak den seefahrern weithin kenntlich ist man fuhr längst der küste ziemlich nahe vorbei die wilden papuas der insel ließen sich nicht sehen es sind zwar geschöpfe die auf der untersten stufe menschlicher bildung stehen aber menschenfresser sind sie doch nicht die inseln bildeten ein prachtvolles panorama im vordergrunde war es mit ungeheurer waldung pisang areka bambus muskat teak bäumen riesenhaften mimosen baumartigen farnkräutern bedeckt und den hintergrund bildeten zierliche gebirgssilhouetten die küsten wimmelten von tausenden köstlicher salanganen deren essbare nester im himmlischen reich ein beliebtes gericht bilden aber dieses bunte schauspiel welches die adamanengruppe den blicken darbot flog schnell vorüber und der rangoon fuhr rasch der straße von malaka zu um durch dieselbe ins chinesische meer zu gelangen was trieb während dieser fahrt der agent fix den sein unstern in diese rundfahrt fortgerissen hatte nachdem er zu calcutta auftrag gegeben dass ihm der verhaftsbefehl wenn er endlich ankomme nach hong kong nachgeschickt würde war es ihm gelungen sich ohne von passepartout bemerkt zu werden an bord des rangoon einzuschiffen und er hoffte wohl seine anwesenheit auf demselben bis zur ankunft des paketbootes geheim zu halten es wäre ihm in der tat auch schwer gewesen über den grund seiner anwesenheit an bord sich auszusprechen ohne bei passepartout der glauben musste er sei zu bombay geblieben verdacht zu erregen aber die logik der umstände brachte ihn doch dazu die bekanntschaft mit dem braven jungen wieder anzuknüpfen wie das kam wird sich gleich zeigen alle hoffnungen alle wünsche des polizei agenten waren jetzt auf einen einzigen punkt konzentriert hong kong denn das paketboot hielt zu kurze zeit bei singapur an um in dieser stadt etwas vornehmen zu können es musste also zu hong kong die verhaftung erfolgen oder der dieb entwischte ihm ohne möglichkeit seiner habhaft zu werden hong kong war in der tat noch der einzige fleck englischen landes auf der ganzen reise weiter hinaus boten china japan amerika dem herrn fogg eine sichere zuflucht zu hong kong aber wenn er endlich den ihm nachgesendeten verhaftsbefehl bekäme wollte fix die verhaftung foggs vornehmen und ihn der lokalpolizei überliefern damit hatte es keine schwierigkeit aber über hong kong hinaus reichte ein bloßer verhaftsbefehl nicht hin es musste eine förmliche auslieferung stattfinden welche zögerungen und hindernisse aller art mit sich führte die der schurke benutzen konnte ihm definitiv zu entrinnen konnte die verhaftung zu hong kong nicht stattfinden so würde es wo nicht unmöglich doch höchst schwierig sein sie mit irgendeiner aussicht auf erfolg noch vorzunehmen also sagte sich fix wiederholt während ihm in seiner kabine die zeit lang ward also entweder der verhaftsbefehl wird zu hong kong sein und ich fasse meinen mann ab oder er ist noch nicht da und dann muss ich um jeden preis seine abreise verhindern ich bin mit meinem plane zu bombay durchgefallen und zu karkutta wenn ich zu hong kong meinen zweck verfehle so ist mein ruf dahin koste es was es wolle jetzt muß ich zum ziel aber was kann ich machen um nötigenfalls die weiterreise dieses verfluchten fock zu hindern wenn alles sonst fehlschlüge war fix entschlossen dem passepartout alles zu offenbaren ihn seinen herrn dessen schuld er sicherlich nicht teilte kennen zu lehren wäre passepartout über den sachverhalt aufgeklärt so müsse er aus besorgnis für mitschuldig angesehen zu werden ohne zweifel mit ihm fix gemeine sache machen doch war dies immer ein gewagtes mittel das nur in ermangelung jedes anderen angewendet werden dürfe passepartout könnte ja durch ein einziges wort bei seinem herrn den handel gänzlich verderben der polizei agent war demnach in äußerster verlegenheit als die anwesenheit der mrs aouda an bord des rangoon in gesellschaft phileas fox ihm eine neue perspektive eröffnete wer war diese frau welches zusammenwirken von umständen hatte sie zur begleiterin fox gemacht offenbar waren sie zwischen bombay und kalkutta miteinander in verbindung gekommen aber auf welchem punkte der halbinsel sollte der zufall das jugendliche weib an phileas fox seite geführt haben im gegenteil war es nicht zweck dieser reise durch indien mit dieser reizenden person zusammen zu kommen denn reizend war sie doch gewiss fix hatte sie im verhörsaal zu kalkutta wohl bemerkt man begreift wie sehr der agent von neugierde gestachelt sein musste er fragte sich ob nicht eine verbrecherische entführung dabei im spiele gewesen ja das musste wohl der fall sein dieser gedanke setzte sich im gehirn unseres fix fest und er sah wohl ein welchen vorteil er aus diesem umstande ziehen konnte mochte diese junge frau verheiratet sein oder nicht eine entführung fand statt und es war möglich dem entführer zu hong kong verlegenheiten derart zu bereiten dass er sich nicht durch sein geld aus denselben heraus ziehen konnte aber man durfte nicht die ankunft des rangoon zu hong kong abwarten dieser fogg hatte die abscheuliche gewohnheit aus einem dampfboot in das andere gleichsam hinüber zu springen und bevor noch die sache angefasst worden konnte er schon in weiter ferne sein es war also von wichtigkeit die englischen behörden zum voraus in kenntnis zu setzen und die ankunft des rangoon zu signalisieren bevor er aussteigen konnte nun war dies ganz leicht weil das paketboot zu singapur erfrischungen einnahmen und singapur durch einen telegrafen mit der chinesischen küste in verbindung stand doch beschloss fix bevor er handelte um sicherer zu gehen passepartout zu befragen er wusste dass es nicht sehr schwer war diesen jungen zum plaudern zu bringen und entschloss sich sein bisheriges inkognito aufzugeben aber es war keine zeit zu verlieren es war der 31 oktober und am folgenden tage sollte der rangoon bei singapur anlegen also begab sich fix an diesem tage aus seiner kabine aufs verdeck in der absicht passepartout zuerst anzureden und zwar mit äußerung der größten überraschung passepartout spazierte eben auf dem vorderteiler als der agent auf ihn zustürzte und rief sie auf dem rangoon er fix an bord erwiderte passepartout höchlich erstaunt als er seinen reisegefährten auf dem mongolia erkannte wie ich verlasse sie zu bombay und finde sie wieder auf dem wege nach hongkong aber sie reisen ja ebenfalls um die erde nein nein erwiderte fix und ich denke mich zu hongkong aufzuhalten einige tage wenigstens so sagte passepartout dem anschein nach etwas erstaunt aber wie kommt's daß ich sie nicht seit unserer abfahrt aus kalkutta an bord gesehen habe wahrhaftig ein unwohlsein ein wenig seekrankheit ich blieb zu bette in meiner kabine ich vertrage den golf von bengalen nicht ebenso gut wie das indische meer und ihr herr phileas fogg vollkommen wohl und so pünktlich wie sein reisebüchlein um keinen tag zu spät ei er fix sie wissen's wohl nicht daß wir auch eine junge dame in unserer gesellschaft haben eine junge dame fragte der agent der sich stellte als verstehe er nicht was sein begleiter sagen wollte doch setzte ihn passepartout bald in kenntnis davon was vorgegangen war er erzählte den vorfall in der pagode zu bombay den ankauf des elefanten für 2000 pfund wie es bei der verbrennung herging wie sie aouda befreiten wie das tribunal zu kalkutta sie verurteilte und gegen kaution wieder freigab fix dem die letzteren vorfälle bekannt waren stellte sich als wisse er's nicht und passepartout konnte nicht dem reiz widerstehen einem zuhörer der so viel interesse dafür zeigte seine abenteuer herzuerzählen aber schließlich fragte fix hat denn ihr herr die absicht die junge frau nach europa mitzunehmen nein er fix wir wollen sie nur der obhut eines verwandten übergeben der ein reicher kaufmann zu hongkong ist nichts zu machen sagte sich der detektiv indem er seinen ärger verbiß ein gläschen gin herr passepartout recht gern er fix zumindest denn wollen wir reins auf unsere begegnung an bord des rangoon trinken ende von kapitel 16 kapitel 17 von reise um die erde in 80 tagen von jules verne diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von eva k siebenzehntes kapitel von singapore nach hongkong seit diesem tage begegneten sich passepartout und der polizeiagent häufig aber derselbe beobachtete seinem gefährten gegenüber die äußerste rückhaltung und machte keinen versuch ihn zum plaudern zu bringen nur ein oder zwei mal bekam er herrn fogg flüchtig zu sehen der gern im großen salon des rangoon blieb sei's um mrs aouda gesellschaft zu leisten oder nach seiner unabänderlichen gewohnheit whist zu spielen passepartout war darauf gekommen sich über den sonderbaren zufall daß fix sich abermals auf dem gleichen wege mit seinem herrn finden ließ ernstliche gedanken zu machen und in der that war es mindestens zum erstaunen dieser sehr liebenswürdige gewiß recht gefällige gentleman mit welchem man zuerst zu suez zusammentrifft geht auf dem mongolia mit zu schiffe steigt zu bombay wo er bleiben zu müssen vorgibt aus und läßt sich zur reise nach hongkong wieder auf dem rangoon finden kurz schritt für schritt nach des herrn vorgreise vorschrift das mußte nachdenklich machen es war wenigstens ein sonderbares zusammentreffen worauf hatte fix es abgesehen passepartout war bereit seine pantoffeln die er als etwas kostbares aufhob zu verwetten daß fix zugleich mit ihnen hongkong verlassen würde vermutlich auf dem nämlichen paketboot er wäre nie auf den gedanken gekommen daß man dem herrn phileas fogg als wie einem dieb um den ganzen erdball herum auf der ferse folgte aber da es in der menschlichen natur liegt sich über alles eine erklärung zu geben so deutete sich passepartout dem plötzlich ein licht aufging die fortdauernde anwesenheit des fix auf folgende wirklich glaubhafte weise in wirklichkeit dachte er sich war fix anders war's nicht möglich nur ein agent welchen des herrn fogg kollegen im reform club ihm nachgesendet hatten um zu konstatieren daß die reise regelmäßig um die erde herum der reise vorschrift gemäß ausgeführt würde ganz offenbar wiederholte sich der brave junge der auf seinen scharfsinn ganz stolz war es ist ein von jenen gentlemen uns nachgeschickter spion das ist doch unwürdig der rechtschaffene so ehrenhafte erfolg durch einen agenten ausspüren zu lassen ah meine ehren vom reform club das soll ihnen theuer zu stehen kommen passepartout der sich höchlich seiner entdeckung freute entschloss sich jedoch seinem herrn nichts davon zu sagen aus besorgnis solches misstrauen von seiten seiner gegner möge ihn beleidigen aber er nahm sich vor den fix dafür bei gelegenheit mit verdeckten worten und ohne sich blößen zu geben etwas zum besten zu haben am mittwoch den 30 oktober nachmittags lief der rangoon in die straße von malaka ein welche die halbinsel dieses namens von sumatra scheidet die große insel war den passagieren durch kleine sehr steile sehr malerische inselchen verdeckt am folgenden tage um vier uhr früh hielt der rangoon nachdem er einen halben tag von der regelmäßigen fahrt gewonnen zu singapore an um sich mit kohlen zu versehen phileas fogg trug diesen vorsprung auf die gewinnspalte ein und begab sich diesmal ans land um mrs aouda zu begleiten welche gewünscht hatte einige stunden eine spazierfahrt zu machen fix dem jeder schritt foggs verdächtig schien folgte ihm nach ohne sich bemerkbar zu machen passepartout der im stillen über dies benehmendes fix lachte machte wie gewöhnlich einkäufe die insel singapore ist weder groß noch von imponierendem aussehen es fehlt ihr an gebirg das heißt an bergprofilen doch ist sie trotz dieses mangels reizend sie ist ein von schönen wegen durchschnittener park mrs aouda und phileas fogg fuhren in einer hübschen ekipage mit einem gespann eleganter aus neu holland eingeführter pferde unter dichten palmbäumen mit glänzenden blättern und gewürz nägeln bäume gebüsche von pfeffer gestreuch standen da wie dornhecken auf europäischen feldern sagobäume und hohe farnkräuter mit prächtigem gezweig machten den anblick dieser tropen gegend bunt muskatbäume mit lackiertem laub tränkten die luft mit wohlgerüchen muntere possenhafte affen belebten das gehölz und vielleicht hausten auch tiger im schilf wer sich darüber wundern möchte daß auf dieser verhältnismäßig so kleinen insel diese reißenden tiere nicht gänzlich ausgerottet sind dem diene zur antwort daß sie die meer enge durch schwimmend von der halbinsel herüber kommen nachdem mrs aouda und ihr gefährte der zwar schaute aber nichts sah zwei stunden lang auf der ebene herumgefahren kehrten sie zur stadt zurück die aus einem ungeheuern haufen plumper und platter häuser besteht umgeben von reizenden gärten mit mangusten ananas und allen besten früchten der welt um zehn uhr kamen sie wieder zum paketboot stets unvermerkt von dem agenten begleitet der ebenfalls sich hatte mit einer equipage in kosten stecken müssen paspartout erwartete sie auf dem verdecktes rangoon der wackere bursche hatte einige dutzend manguste gekauft von der größe mittlerer äpfel außen dunkelbraun innen grellrot mit einer weißen frucht die zwischen den lippen schmelzend die echtesten feinschmecker erquickt paspartout schätzte sich glücklich sie der mrs aouda anbieten zu können und sie dankte ihm mit vieler grazie um elf uhr hatte der rangoon seine kohlenladung eingenommen lichtete die anker und nach einigen stunden schwanden den passagieren die hohen berge von malaka aus dem gesicht in deren wäldern die schönsten tiger der welthausen singapore ist noch ungefähr 1300 meilen von der insel hongkong entfernt einem kleinen fleck englischen landes der von der chinesischen küste getrennt ist phileas fogg hatte nötig diese strecke in höchstens sechs tagen zurückzulegen um zu hongkong das dampfboot benutzen zu können welches am 6 november nach yokohama einem der bedeutendsten häfen japans abging der rangoon war stark beladen es waren zu singapur zahlreiche passagiere eingestiegen hindu zailonesen chinesen malayan portugiesen welche zum größten teil auf dem zweiten platz fuhren die bisher ziemlich gute witterung änderte sich mit dem letzten mondviertel die see ging hoch und der wind wehte manchmal stark aber glücklicherweise aus südosten wo durch die fahrt gefördert wurde wenn es tunlich war ließ der kapitän die segel aufspannen der rangoon als brick getakelt fuhr oft mit seinen beiden mastsegeln und dem foxsegel und seine schnelligkeit wurde durch die doppelte wirkung des dampfes und des windes verstärkt auf diese weise fuhr man auf gebrochenen wellen bisweilen mit anstrengung längs den küsten von anam und cochin china aber der fehler lag weit mehr am rangoon als am meer und dem paketboot hatten die passagiere welche meist krank wurden die schuld dieser beschwerden zuzuschreiben in der tat leiden die schiffe der peninsula company welche die meere chinas befahren an einem ernstlichen fehler im bau das verhältnis ihrer wassertracht bei beladung zu ihrem hohl war nicht richtig berechnet und daher bieten sie dem meere nur schwachen widerstand ihr geschlossener dem wasser nicht zugänglicher raum ist unzureichend sie gehen zu tief im wasser und in folge dieser beschaffenheit reichen schon einige wurf mehr wasser hin um ihren lauf zu ändern daher mußte man der üblen witterung wegen große vorsicht anwenden manchmal mußte man beilegen bei geringem dampf ein zeitverlust welcher auf phileas fogg gar keinen eindruck zu machen schien während passepartout dadurch äußerst aufgeregt wurde dann machte er dem kapitän dem maschinisten der company vorwürfe aber sie haben doch gar zu sehr eilen nach hong kong zu kommen fragte ihn einst der detective fix jawohl erwiderte passepartout meinen sie dass herr fogg zu eilen hat um auf das paketboot nach yokohama zu kommen erschrecklich zu eilen sie glauben also jetzt an die seltsame reise um die erde durchschaus und sie erfix ich ich glaube nicht daran bossenreißer versetzte passepartout und blinzelte mit den augen dieses wort machte dem agenten gedanken diese bezeichnung beunruhigte ihn ohne daß er recht wußte weshalb hatte der franzose ihn durchschaut er wußte nicht was er davon zu halten hatte aber wie hätte passepartout seine eigenschaft als detektiv wovon niemand sonst etwas wußte entdecken können und doch mußte passepartout indem er sich so ausdrückte sicherlich einen hintergedanken haben es traf sich sogar daß der wackere junge ein andermal noch weiter ging aber es überwältigte ihn er konnte seine zunge nicht bemeistern sehen sie er fix fragte er ihn mit schelmischem tone werden wir wenn wir zu hongkong sind so unglücklich sein ihre begleitung zu verlieren nun erwiderte fix in verlegenheit ich weiß nicht vielleicht daß ah sagte passepartout wenn sie in unserer gesellschaft blieben das wäre für mich ein glück sehen sie ein agent der peninsular compagnie könnte sich unterwegs nicht aufhalten sie wollten nur nach bombay und nun sind wir bald in china von da nach amerika ist nicht weit und aus amerika nach europa ist jetzt nur ein schritt fix sah seinen genossen scharf an und dieser zeigte ihm das liebenswürdigste gesicht von der welt und er lachte mit ihm dieser aber in guter laune fragte ihn ob ihm dieses geschäft viel eintrage ja und nein erwiderte fix ohne eine mine zu verziehen es gibt gute und schlechte geschäfte aber sie begreifen wohl ich reise nicht auf eigene kosten in der insicht das glaube ich wohl rief passepartout und lachte noch heller als diese unterhaltung zu ende war begab sich fix in seine kabine und sann über die sache nach offenbar war er durchschaut auf irgendeine weise hatte der franzose seine eigenschaft als detektiv erkannt aber hatte er dies seinem herrn mitgeteilt welche rolle spielte er bei alledem war er mitschuldig oder nicht war die sache ausgewittert und folglich verfehlt der agent verbrachte so einige peinliche stunden in dem er bald alles für verloren hielt bald hoffte fogg wisse nichts davon schließlich ohne zu wissen was er tun soll inzwischen wurde sein gehirn wieder ruhig und er entschloss sich offen mit passepartout zu reden fände er sich in der gewünschten lage um herrn fogg zu hongkong verhaften zu können und schickte sich herr fogg an nun gänzlich das englische gebiet zu verlassen so wollte er fix alles dem passepartout heraussagen entweder der diener war mitschuldiger seines herrn und dieser wußte alles und dann war alles gänzlich verdorben oder der diener war bei dem diebstahl nicht beteiligt dann lege es in seinem interesse sich von dem diebe los zu sagen so standen also diese beiden männer zueinander und über ihnen schwebte phileas fogg in majestätischem gleichmut er vollendete regelrecht seine kreisbahn um die erde ohne sich um die asteroiden die um ihn gravitierten zu kümmern und doch befand sich in der nähe um einen astronomischen ausdruck zu gebrauchen ein störendes gestirn welches auf das herz dieses gentleman einigermaßen hätte beunruhigend wirken müssen aber nein zu großem befremden passepartouts wirkten mrs aoudas reize gar nicht und wenn störungen stattfanden so wären sie schwerer zu berechnen gewesen als die des uranus welche die entdeckung des neptun veranlassten ja passepartout staunte täglich von neuem wenn er in den augen der jungen frau so viel dankbare hingebung gegen seinen herrn las ganz gewiss hatte phileas fogg nur so viel herz als erforderlich war um sich heroisch zu benehmen aber für liebesgefühle nicht von besorgnissen welche die wechselfälle dieser reise in ihm hervorrufen konnten keine spur aber passepartout selbst lebte in steten ängsten einmal sah er bei einer heftigen stampfbewegung dampf aus den klappen herausdringen da rief er zornig die klappen sind nicht gehörig beschwert man kommt nicht vorwärts seht da die engländer auf einem amerikanischen schiffe flöge man vielleicht in die luft aber man führe auch rascher ende von kapitel 17 kapitel 18 von reise um die erde in 80 tagen von jules verne diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von eva k achtzehntes kapitel phileas fogg passepartout und fix bekommen alle zu thun während der letzten tage der fahrt war das wetter schlimm sehr starker wind der standhaft aus nordwest wehte hemmte den lauf des paketbootes allzu unstet schwankte der rangoon beständig und die passagiere durften wohl diesen langen übel befinden erregenden wellen grollen welche der wind von der hohen see aus herbeitrieb während des dritten und vierten november war es eine art sturm windstöße peitschten heftig das meer der rangoon musste einen halben tag lang beilegen bei nur zehn schraubenschlägen mit den wellen lavieren alle segel waren eingezogen und es war noch allzu viel takelwerk das mitten in den windstößen pfiff natürlich wurde die schnelligkeit des paketbootes dadurch bedeutend vermindert und man konnte annehmen dass es zu hongkong um zwanzig stunden nach der vorschriftsmäßigen zeit anlangen würde und noch später wenn sich der sturm nicht legte phileas fogg verhielt sich bei diesem anblick eines wütenden meeres welches direkt gegen ihn zu kämpfen schien mit seiner gewöhnlichen gemütsruhe seine stirne ward nicht einen augenblick finster und doch konnte eine verspätung um zwanzig stunden seinen reisezweck verderben indem er die abfahrt des paketbootes nach yokohama verfehlte aber dieser nervenlose mann empfand weder ungeduld noch unlust es schien wahrhaftig als sei dieser sturm in seinem programm vorgesehen mrs aouda die sich mit ihrem gefährten über dies unwetter unterhielt fand ihn ebenso gleichmütig wie zuvor fix sah diese dinge nicht mit dem selben auge an im gegenteil hatte er gefallen an dem sturme es hätte ihm eine unendliche befriedigung gewährt wäre der rangoon genötigt gewesen vor dem sturme zu fliehen alle diese verspätungen waren im wasser auf seiner mühle denn sie konnten den herrn fogg nötigen einige tage zu hongkong zu verweilen endlich der himmel mit seinen stürmen und windstößen war ihm günstig zwar war er ein wenig unwohl aber daran lag nichts wenn auch sein körper an der seekrankheit litt sein geist jubelte mit unendlicher befriedigung es lässt sich denken wie passepartout diese zeit in unverhohlenem zorn hinbrachte bisher war alles so gut gegangen land und meer schienen seinem herrn ergeben zu sein dampfer und eisenbahnen folgten seinem willen die winde wirkten vereint mit der dampfkraft zugunsten seiner reise war nun endlich die zeit des verrechnens gekommen passepartout als wenn die zwanzigtausend pfund der wette aus seiner börse gezahlt werden müssten war wie vernichtet der arme junge fix verhehlte ihm sorgfältig seine persönliche befriedigung und tat wohl daran denn hätte passepartout seine stille befriedigung wahrgenommen so hätte er es ihn arg empfinden lassen passepartout blieb während der ganzen dauer des sturmes auf dem verdeck des rangoon unten hätte er nicht bleiben können er kletterte in das mastenwerk und setzte die bootsleute in erstaunen als er so gewandt wie ein affe zur hilfe war hundertmal fragte er den kapitän die offiziere die matrosen die sich des lachens nicht erwehren konnten als sie den burschen so außer fassung sahen passepartout wollte durchaus wissen wie lange das unwetter dauern würde man verwies ihn an den barometer der sich nicht entschließen konnte zu steigen passepartout schüttelte den barometer aber es half nichts endlich legte sich der sturm der zustand des meeres änderte sich im laufe des vierten november der wind sprang um und ward wieder günstig mit der witterung ward auch passepartout wieder heiter es wurden wieder alle segel aufgehisst und der rangoon setzte seinen weg mit erstaunlicher schnelligkeit fort aber es ließ sich nicht alle verlorene zeit wieder einbringen man mußte wohl sich darein ergeben und erst am sechsten um fünf uhr morgens wurde das land signalisiert phileas fox reisebüchlein hatte die ankunft des paket bootes auf den fünften angesetzt und es kam erst am sechsten an das war also eine verspätung um 24 stunden und die weite reise nach yokohama mußte notwendig verfehlt sein um sechs uhr kam der lotse an bord des rangoon und nahm seinen platz auf dem steg um das fahrzeug durch die fahrwasser bis zum hafen von hongkong zu leiten passepartout war äußerst verlangen diesen mann zu befragen ob das paket boot für yokohama von hongkong bereits abgefahren sei aber er getraute sich nicht und wollte lieber ein wenig hoffnung bis zum letzten augenblicke festhalten er hatte fix seine besorgnisse mitgeteilt und der listige fuchs versuchte ihn zu trösten durch die mitteilung dass herr fogg nur das nächste boot zu nehmen brauche das versetzte passepartout in äußersten zorn aber getraute auch passepartout nicht den lotsen zu befragen so fragte ihn herr fogg nachdem er in seinem bradshaw nachgesehen mit ruhiger miene ob er wisse wann ein boot von hongkong nach yokohama abgehe morgen früh mit der flut erwiderte der lotse ah sagte herr fogg ohne seine überraschung kundzugeben passepartout der zugegen war hätte lust gehabt den lotsen zu umarmen und fix hätte ihm gern den hals umgedreht wie heißt dieser dampfer fragte herr fogg carnatic versetzte der lotse sollte er nicht schon gestern abfahren ja mein herr aber es musste einer seiner kessel repariert werden und seine abfahrt wurde auf morgen verschoben ich danke ihnen erwiderte herr fogg und begab sich mit automatischem schritt in den salon des rangoon passepartout drückte dem lotsen kräftig die hand und sagte sie sind ein wackerer mann der lotse begriff wohl nicht weshalb seine antworten ihm diese freundschaftsbezeugungen eintrugen er pfiff und stieg auf den steg um das paketboot mitten durch die flotteje von jonken tanken fischerbarken und fahrzeugen aller art wovon die engen von hongkong wimmelten zu geleiten um ein uhr befand sich der rangoon am key und die passagiere stiegen aus bei diesem umstande kam herrn fogg offenbar der zufall trefflich zu statten ohne diese notwendige reparatur der kessel wäre der carnatic am 5 november abgefahren und die passagiere nach japan hätten acht tage auf die abfahrt des nächsten bootes warten müssen herr fogg war nun zwar um 24 stunden zurück aber diese verspätung blieb ohne einfluss auf den übrigen teil der reise der dampfer welcher die fahrt von yokohama nach san francisco durchs stille meer machte stand mit dem paketboote von hongkong in direkter verbindung so dass er vor dessen ankunft nicht abfahren durfte offenbar hätte nun zu yokohama bereits eine verspätung um 24 stunden stattgefunden die ließ sich jedoch während der 22 tage der fahrt durchs stille meer leicht wieder einbringen diese 24 stunden abgerechnet befand sich also herr fogg 35 tage nach seiner abfahrt aus london in übereinstimmung mit seinem programm da der carnatic erst um fünf uhr des folgenden tages abfuhr so hatte herr fogg 16 stunden zeit für seine geschäfte das heißt in betreff der missis aouda beim aussteigen bot er der jungen frau seinen arm und führte sie zu einem palanquin die träger bezeichneten ihm das hotel des club zum einkehren passepartout ging hinter dem palanquin drein und nach 20 minuten kamen sie im gasthofe an es wurde für die junge frau eine wohnung genommen und phileas fogg sorgte dafür dass ihr nichts mangelte hierauf sagte er ihr er wolle unverzüglich ihre verwandten aufsuchen deren obhut er sie zu hongkong überlassen sollte währenddessen mußte passepartout im hotel seine rückkehr abwarten um die junge frau nicht allein zu lassen der gentleman ließ sich auf die börse führen wo ein mann wie der honorable jg der zu den reichsten kaufleuten der stadt gehörte unfehlbar gekannt sein mußte der sensal an welchen herrn fogg sich wendete kannte auch wirklich den parsischen kaufmann aber seit zwei jahren wohnte derselbe nicht mehr in china nachdem er sich ein vermögen gemacht hatte er sich in europa etabliert in holland glaubte man weil er während seiner kaufmännischen tätigkeit in zahlreichen verbindungen mit diesem lande gestanden hatte als phileas fogg ins hotel zurückkam ließ er sich sogleich bei mrs aouda zum besuch anmelden und teilte ihr dann mit dass der honorable jg nicht mehr zu hongkong vermutlich in holland wohne mrs aouda antwortete darauf nicht sogleich sie strich mit der hand über ihre stirne und besann sich eine kleine weile nachher sprach sie mit sanfter stimme was soll ich nun anfangen herr fogg das liegt auf der hand sagte der gentleman mit nach europa gehen aber das wäre missbrauch kein missbrauch und ihre anwesenheit stört mein programm durchaus nicht passepartout zu dienen mein erl gehen sie auf den carnatic und nehmen sie drei kabinen passepartout war höchlich erfreut dass die reise in gesellschaft der jungen frau die gegen ihn sehr freundlich war fortgesetzt wurde und ging sogleich seinen auftrag auszurichten ende von kapitel 18